Was geht Leute? Wie angekündigt, es ist Donnerstag. Ich werde meine Dip Challenge nochmal wiederholen. Ziel sind es 100 Wiederholungen, beziehungsweise einfach mein Ergebnis von 69 Wiederholungen von letztes Mal übertreffen. Die Zeit wieder 5 Minuten und so viel wie geht. Diesmal werde ich meine Kraft hoffentlich ein bisschen besser einteilen und dementsprechend über 69 Wiederholungen schaffen. Suchen wir jetzt erstmal Musik aus und dann geht's los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Dip Challenge ist wieder geschafft. Insgesamt habe ich diesmal 81 Wiederholungen geschafft. Das bedeutet, eine kleine Verbesserung im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich 69 Wiederholungen geschafft habe. Aber mein Ziel von den 100 Wiederholungen habe ich leider immer noch nicht geschafft. Das heißt, da ist noch Verbesserungspotenzial definitiv nach oben und ich werde mich da auch steigern. Dip ist in meiner leichten Oberkörpereinheit eh immer mit drin. Von daher versuche ich da jetzt wieder stärker zu werden und irgendwann die Challenge nochmal zu wiederholen. Ich habe jetzt keinen Anreiz, die jetzt am Donnerstag nochmal zu bestätigen bzw. mich zu verbessern. Jetzt geht es erstmal wieder Hypertrophie und nicht so sehr den Kraftausdauerbereich, den ich da jetzt in der kurzen Belastungsdauer von 5 Minuten so viele Wiederholungen wie möglich halt habe. Und wenn euch die Challenge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen hoch freuen und ein Abo setzen, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.